Denn 90 Prozent, es ist in manchen Fällen, wenn jemand besser geht, 95 Prozent, alle Muskeln arbeiten. Das ist eine wunderbare Übung in jedem Alter. Von Kind bis über 100 Jahre. Wir haben mit Djergosh diese Stöcke, möchten Sie verteilen, weil wir müssen dann ein bisschen in die Molkerei laufen. Wir üben vor dem Hotel und das Tempo. Wer nicht möchte, jeder kann sie bekommen, ist klar, wenn er nicht möchte, dann fährt er mit dem Bus bequemt in die Molkerei und hat ein bisschen lange weiter. Aber wir wollen heute ein bisschen in die Stadt gehen und uns mit den Stöcken definieren, ja? So, in dem Moment. Jetzt kann ich mir zeigen, dass ich mich sehr gut bin, dass ich mich nicht bedenkeliere. Nein, nein, ich muss mich nicht bedenken. Du musst dir zeigen, wie ich mich nicht bedenkeliere. Normalerweise. Ja, ich bin ganz normal. Ja, Theorie ist anders, Praxis ist anders. Aber hier ist das Parkett und das ist das Rutsch, kann man sagen. Wir müssen es richtig, das sind keine, ich kann das sagen, das sind Stöcke, die müssen auch scharf sein, passen überall. Und Lecky, da muss man schon gut aufpassen. Heute, niemand soll sich verletzen, haben wir diese Dinge. Wir sind genommen, diese geht auch für die Straßenverlege in der Stadt. Wenn wir haben Berge, Land, dann gibt es mit scharfen Dingen. Und dann, das sind richtig Nordic Walking Stöcke, die sind mehr Trekking Stöcke. Aber das reicht, wichtig, dass wir können sie auch ziehen. Und dann haben wir das Schritttempo, zum Beispiel können wir in eigenes Tempo kommen und sie benutzen. Links, rechts, nach vorne immer so, dieser Griff, so wie es uns passt. Die haben schon das gemacht, nicht umgekehrt so, so nicht, sondern anders geht das nicht in dieser Richtung. Ja, also steht mal so. Bitte sehr, versuchen wir einfach. Wenn wir uns anziehen, wer möchte mit dem Bus, wer möchte mit den Stöcken ein bisschen mehr in die Stadt, ist gut. Okay.